Nein, ich verspüre nirgendwo mehr Eindruck. Nicht mal, wenn ich die Brennweite wechsle. Das ist für ein Experiment. Wir wollen was Neues versuchen und ich werde der Erste sein. Ich glaube, Sie werden bald sterben, Kessler. Egal, was es ist und was es kostet, ich möchte es hinter mich bringen. Wir können den Tag gleich festlegen. Sie werden sterben. In Ihrem Zustand ist jede Behandlung aussichtslos. Wie lange? Zwei Monate. Oder weniger. Sie sind im Begriff berühmt zu werden. Dafür, dass man öffentlich stirbt, bekommt man Geld. Wenn man in der Öffentlichkeit jung stirbt. Mit der haben wir einen guten Griff gemacht, Vince. Er hat genau das Gesicht, was wir brauchen. Wir müssen Kathleen Mortenhoff finden. Wo? In Gates Bridge. Siehst du, wie vorsichtig wir über den Tod reden? Eine neue Pornografie? Das ist meine Privatangelegenheit. Meinen Sie wirklich? Halt! Tut dir irgendwas leid? Jasmine! Du hast Angst. Und das ist gut so. Das ist der einzige Tod, den ich zu verkaufen habe. Sie riskieren, alles zu verlieren. Das Risiko kenne ich. Diese Lady wird nicht leicht sterben, Vince. Und wofür das alles? Nur wegen der Einschaltquote. Wo ist die Kamera? Was denkst du? Das ist die Kamera? Ich muss die Kamera weiterfinden. Das